Hallöchen! Willkommen zurück bei PUBG mit Palando und Melli! Juhu! Und dann auf geht's in den schönen Loot-Spot. Militärhafen. Guck da nicht hin. Guck mir auch das Kleid. Das will ich nicht. Guck da nicht hin. Kann ich das irgendwie zensieren? Oh, Texturen werden immer so spät geladen vom Fallschirm. Das haben die auch in acht Jahren ein paar Klinik hinbekommen. Oh. Oh, was? Er hat eben gerade aus irgendeinem Grund bin ich dir gefolgt und jetzt bin ich dir entfolgt. Ich bin eben gerade schon gewundert, warum er so komische... Ich hatte hier auf jeden Fall was gesehen. Ich habe auch wen irgendwie... Oh, die kann man spielen. Also Fallschirme. Ja. Dachte ich mir. Dachte ich mir. Dachte ich mir. schießt du ja aber in richtung west war noch mehr hat noch wer geschossen wird hart getroffen richtung wer ist ok danke schalli irgendwo da hinten hinter der mauer kriegte auf alle fälle heilung drei medien kids wenn ihr das weiterhilft jetzt habe ich verwende eigentlich habe ich gerade fast alles gefunden was ich brauche nicht alles aber trotzdem dankeschön aber immer gerne doch ich gehe mal hinkriegt kann ich dem seine zeit noch weg bluten kollege bist du weg bist wir hingekrochen da ist er willst du denn hin hast du gerade auf geschossen oder was ich habe auf ihn geschossen ich habe ihn siehst du doch oben das war auch schalli ja aber den habe ich gerade gefunden ok ich wusste nicht dass du mit dem schalli auf jemanden der sozusagen vor dir steht schießt da war soll ich den schalli erst abschrauben ja da ist auch ein schalli drauf hier ist ein vierer wenn du brauchst ja und noch erste hilfe koffer kompensator mp also habe ein bisschen was markiert eigentlich zwei jahre ich wollte noch r magazine ok 1 habe ich für dich gleich nein das ist auch hier und meinte nicht mehr mit der frise sieht er mir richtig eigentlich ausbruch trinken neuen helm sagt habe ich die zone wir müssten mal los kollege ich habe das vierer und dann denne denne können war hier bei mir ist ein auto wird das erweiterungsmagazin noch geben jetzt habe ich das teuer wie sie hier weiter gehen dass in dem moment eingelegt ist dass wir sehen dass gerade genommen denke hier kann es sein dass auch noch ein bisschen was dann möglich aber wir haben noch 65 gegner ist auch nicht so wenig finde ich oder zu fuß über die fahrer fahren ich brauche das auto dann geht es ja irgendwo weiter hast du ja recht also sagt man mein ollie immer besser schlecht gefahren als gut gelaufen so schreibt jetzt ein jaguar ein das ist relativ vorraus was ich weiß nicht nicht mehr dem ding Hinten Richtung Strand höre ich wehen. Habe ich auch gehört, ja ja. Direkt da hinten ist er, Vorsicht. Super. Guck mal, wie ein 9er Moon rein. Da rennt wer über die Straße hinten, oder, beim Mütter? Ne. Auch keine 9er Moon. Wieso habt ihr jetzt aufgehört zu schießen, jetzt wo wir da sind, seid ihr doof? Oh, und Torben, Zone, Vorsicht. Wollen wir ins Haus rein? Hm. Am Strand wurde der gerade hingerichtet, den ich erschossen habe. Hm. Irgendwo dahinten, Richtung Gabe. Hm. Hä, ist er? Shit. Ah. 95 Grad. 95 Grad ist aber gerade wieder die Stufe darunter gegangen. Kommt bestimmt da gleich wieder hoch. Scheiß Bombenzone jetzt. Mhm. Das verzögert doch das ganze Gameplay. Das sage ich dir. Oh. Brücke. Oh. Tschüss auf mich. Wo kommen die denn? Die Stufe kommt dran. Bei Gabe ausgenockt. Es wird gerade noch der, der da in Richtung Brücke schießt. Oh. Da habe ich wieder 3 getötet, dein, bei Gabe. Okay. Der schießt nicht Richtung Brücke, der steht irgendwo am Ufer. Ja. Diese Richtung Gabe irgendwo. Ja. Durch die Schüssel. Oh, was ist denn das schon kack jetzt hier? Ich kann die noch nicht sehen. Schießt auch gerade keiner mehr. Toll. Ich war aber schon fünfmal im Bild, aber das ist wie dieses Maus-Spiel früher in der TV-Zeitung. Mhm. Oh, Karabiner. Mach erstmal weiter. Mhm. Hier ist ein Karabiner mit 7 Amun-Wang-Polster und so, falls du den möchtest. Dann nehme ich lieber als die M24. 20. Ja. Jopp. 5 Amun-Wang-Polster und so. 2 Amun-Wang-Polster und so. So Jungs, wo seid ihr alle? Autsch Das sage ich dir Autsch Autsch 36 hat sich sehr Die ziemlich stark reduziert Wollt ihr noch gucken, ja? Okay Können ja nicht alle weg sein Schon wieder Bombenzone Meine Güte Ja Was gekummelt Das klang Schon besonders Das ist ein Dreierrucksack Ich habe Dingster Boomster Wie heißt es hier? Störsender Pack Genau Ich glaube, den behalte ich auch lieber Wer weiß Ganz wie du willst Trotzdem danke Für den Hinweis Oha Oh, ja Schon Welter los Das Störsender Bei uns weiter links halten wir da war die Flugroute Und das macht jetzt noch viel aus Hier kann sein Das war vielleicht dann eher so dahin Dann sind wir da oberhalb der Schule, weißt du? Das School of Rock Bereich Da rechnet niemand mit uns Nee Tell me why Links Schüsse Ich habe gesagt ein bisschen weiter rechts Aber nur vom Nungo da Jetzt darunter wahrscheinlich Oh Schüsse Dahinter Super Schuss Ah, da hat er hin Einmal gezuckt Ah, warum zuckt er jetzt gerade genau in den Augen Aber den Hügel runter hat definitiv auch noch Ja, ja Zone kommt schon Ja Schon guck noch mal rein wegen Heilung Ja Der Neuner Moon Ist egal, warum er jetzt nicht Was ich dachte, du wolltest Ne Auto hinter uns Und oben links über uns Hier ist auch wer Am Baum gerade gewesen Ja, ich gucke gerade das Auto Weil da sind Typen drin Ja Schon geht die erst mal Ja Ja, fahr ruhig weit in den Norden der Zone am besten Okay Jetzt haben wir so da Irgend da Gabe In die Richtung Das war erstmal Sieben hat sieben getötet Das ist ja ärgerlich Oh, halt hier ruhig mal an Ja, ja Da gucken wir doch mal Oh, die MK14 Ja, und von da dann in die Zone Guck mal wie klein die schon ist Also hier kannst du irgendwo halten Ich glaube ab jetzt würde ich nicht mehr fahren Wenn du jetzt noch einen Störsender siehst Oder Dann Ein Dreier Rucksack Dann würde ich wechseln Hier ist ein 8er Wenn du das 8er willst Ne, ne Das ist mir zu heftig Für die MK14 Okay Hier ist noch ein 8er Naja Auf zwei Wachen nehme ich keinen 8er Heute nicht Weil ich mir ein 16er draus Sonst immer Aber heute mal nicht Ach, Mensch, jetzt geht das Auf, auf Später Auf, auf I know das wirst du draußen gerade ich bin ich draußen ich bin oben wenn ich sehe ich habe dann gerade vier wer gelaufen ist oder ob ich das darf ich deine schritte viel interpretiere schüsse schalldämpfer schlüsse richtung süd so kommt dran ich will nur noch gucken nicht dass uns werden rücken gefällt auch so sieben oder irgendwas anderes habe ich noch alles ist wieder ein stückchen da in richtung berg wollen wir versuchen möglichst hohe position irgendwo genau ja perfekt genau das wollte ich auch gerade markieren dann werde ich gern gilly dann habe ich irgendwie sehr selten in der jobs guckst du da grob wo der stein ist einfach nur ob da irgendwo dann noch was auto relativ dicht bei mir hat ja angehalten kann bloß nicht sagen genau wo wobei dort fährt jetzt auch noch ein auto auto fährt dahinter ich würde hier die zone jetzt war und läuft ja unten läuft wer wo es unten da war fast bei meiner markierung ich bin sehr weit hinten ich sehe das gerade habe ihn getroffen getötet vorsicht gehen deckung da sind auch spieler glaube ich da hinten läuft was ok jetzt ausgenockt bei geld aber 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 dahinter hat auch noch irgendwas geschossen oder ich habe ihn ausgenockt da hinten läuft was da unten läuft da links weg da hinter sich einmal getroffen das ist doch das team die da hinten bei dem haus sind wo ich gesagt hatte hier waren ungefähr wo kam die denn hier meine herren da war ein pew nach rechts sehe ich jetzt nichts mehr ja auch nicht falls sie noch mit dem auto kommen ist da vorne zumindest mal ein stein schon mal das sind vier gegen zwei glaube ich sehr fies da hinten läuft einer übers feld zwei stück da habe ich jetzt richtig markiert ja sind wir gelaufen nach rechts nach links sehen noch jetzt laufen sie recht drüber scheiße das nachladen gerade richtung den baum ist er gelaufen weiter rechts fahrzeug im fahrzeug kriegst du jetzt Ich bin ausgenockt. Oh ja, okay, alles klar. Da kam gerade. Aus allen Regionen kam gerade das Zeug ange... Spieler melden? Nein, ich will den Spieler nicht melden. Das waren 4 gegen 2, deswegen finde ich das immer so ärgerlich im Squad-Modus zu zweit. Ja, das stimmt, da stimmt. Schade, schade. Juli, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schade. Schade.